willkommen mein lieben freund zum neuen video auf meinem kanal ich zeige euch heute hier was neues rausgekommen ist ihr seht ein paar verkäufe natürlich am start ich zeige euch was ich neu eingekauft habe ich bin endlich alle 83 er los geworden viele fragen sich jetzt sicherlich wie viel gewinn verlust ist da insgesamt mit gemacht habt ihr seht jetzt ich habe bei transfer löst ungefähr 26,1 millionen ich hatte ein bisschen mehr wie 25 millionen also wir haben knapp eine million ungefähr dadurch gemacht hat sich nicht wirklich für den aufwand gelohnt dafür drei tage die 83er zu verkaufen ihr habt es gesehen in den streams hier sind noch mal restliche 83 ja die habe ich für einkaufspreise die meisten wieder verkauft manche mit gewinn sarabia war mit gutem gewinn miranda und rab das waren so die top gewinne und kedira rams war auch noch in ordnung wie ich sagen machen wir hier die weg und dann gehen wir natürlich mal durch was ich neu eingekauft habe freunde ihr seht ich habe ein paar special karten gekauft hier ist auch noch ein kramaric delete habe ich mir geholt ich gehe kurz durch einfach meine neue liste ist noch nicht jetzt komplett aber ein paar karten habe ich mir gegönnt seht ihr könnt ihr nachkaufen wenn ihr bock habt wie gesagt ich habe jetzt ungefähr wieder 2 millionen investiert das restliche millionen will ich eigentlich mal fürs team nutzen habe ich aber noch nicht wirklich so einen plan was ich da bauen will deswegen habe ich jetzt einfach mal ein paar karten hier gekauft sonst wie gesagt habe ich mir ein paar frankies gegönnt ein paar de jungs ihr seht hier ein paar schulz habe ich mitgenommen bernhard habe ich mitgenommen ja kiesa einmal herrnandes wann wie sagt er groß habe ich geholt hummels marcelo habe ich ein paar mal geholt weil er ja gekommen ist als allerdings war mir ja gestern schon klar dass er kommt und da habe ich mir den einfach ein paar mal für 11 12 k geholt geht klar hier der jongen jetzt kommen wir zu einer karte viele wenn mich jetzt wieder auslachen hat kauft er sich wieder unana aber er kostet nur 6000 wenn ihr ihn rausfällt hat das ding ist der billigste 85er nach ihm kostet 8,5 das heißt kommt irgendwie eine rentable spc müssen die leute diesen unana kaufen dann wird er auf den mindestpreis von den anderen steigen das heißt im easy 3k in eure tage wenn ihr diese karte mitnimmt also macht ihr nichts verkehrt wenn ihr diesen unana euch gönnt hier seht ihr sonst noch ein bisschen was auf der liste ein paar bundesliga spieler die ich einfach im verein ab mistisch aus hier noch mal ein paar ones to watch drin betroffen wenn ihr da habe ich mir auch mitgenommen ist jetzt noch mal glaube ich 15k runter gegangen weil er neue neue special karte bekommen hat also wer noch mal benjetter holen will ich habe 470 bezahlt ist ein guter preis die spiel gegen tabellen vorletzten oder so jetzt am wochenende bitte wahrscheinlich ein tor machen geht die karte locker wieder auf 600 cash ich aus ganz einfaches prinzip deswegen habe ich den mitgenommen hier in munia ihn mal noch mitgenommen ein paar herrn an dass ihr seht einfach ein paar so günstige special karten mitgenommen wann wie sagt habe ich natürlich auch ein paar mal geholt und jede special karte die ihr seht ist auch noch einmal im verein herrn hier noch mal einen areola haben wir gekauft so für um die 35 habe ich auch drei vier mal geholt den areola ja freunde was machen wir sonst noch wir werden natürlich jetzt die player picks öffnen habe ich natürlich noch zwei hier live food kann man sich hier einen aussuchen gucken wir mal was wir hier zur auswahl bekommen für wen wer sich hier entscheiden kann atal als stürmer und da ist ja klar wer da kommt renato als links verteidiger sieht auch gar nicht so verkehrt aus aber ist ja klar dass man da auf messi kommt messi h messi wäre natürlich check pot messi sieht halt übertrieben heftig aus messi als zehner karte wäre schon geil das ist halt ja ich glaube in dem messi kommen schreibt gerne rein wenn ihr genommen haben wir nehmen nehmen messi auf jeden fall mit ich glaube der würde ich weiß nicht ob der mir was bringen würde wenn ich mein team umbau ich würde auch gerne das team hier mal anschauen aber kann man leider hier nicht anschauen wir können mal raus wieder reingehen vielleicht wird es uns angezeigt dass wir das komplette team sehen aber weiß man nicht vielleicht wird es auch gar nicht angezeigt freunde dann mal natürlich die player picks auf schauen uns an was gekommen ist es ist hier ok messi ist trotzdem drin warum konnte man messi da jetzt werden freunde kann man das eine erklären steht keine ahnung freunde also für was man da dann abstimmen konnte ja kein plan also da war messi ducas dabei atal sanchez und dieser innenverteidiger keine ahnung für was man abstimmen konnte so freunde wir fangen jetzt mal mit meinen player picks an danach schauen wir uns an was sonst noch gekommen ist für bei den spcs fangen wir mit meinem ersten player pick an und wir bekommen nichts so so nehmen wir mit ist okay kommt gibt mir irgendwas spielbares ihr sports spielbar beide kein tempo willkommen willkommen die werden wahrscheinlich beide abgestoßen so ehrlich also diesen beide schmutz egal ist egal freunde wir gucken was für spcs gekommen sind ist ein digital gekommen wenn man darauf eingehen sonst ist glaube ich nichts gekommen ok hier noch so eine billig spc wieder untauschbar muss man das bringen meiner meinung nach nicht schauen wir mal den digitalen erst an hoch mittel fünf stände wegfurt nicht so eine schlechte karte als zähler sieht er sogar nicht mal so verkehrt aus bis auf der lange pass gibt eigentlich klar was muss man für den abgeben für den kollegen 85er team 85er team heißt wahrscheinlich zu 250 k serie a 10er ist okay preis leistung könnte man machen also geht klar preis passt meiner meinung nach geht klar schauen wir uns an was noch gekommen ist was hier gekommen ist freunde natürlich wieder ein paar aufgaben akunia interessant was ist das hier testet die neue meister 10 aufgaben aber hat man die nur für aufgaben bekommen ok wow das ist natürlich ein ding jetzt wird natürlich jeder mit so messi darum rennen ist natürlich klar ja easy was muss man für akunia machen akunia der sie tauchen auch übertrieben heftig aus einer erziele in 30 bahn sport battles partien weltklasse oder weibes ein tor per angeschnittenen schuss mit argentinian ok und dann kriegt man diesen leihspieler oder was sieben schufe erzielt es wo sie werden weil wir sie ein tor per flachen vorschuss ok bereit ins gruppen ziehen dass es es egal bereite bei 30 beraten weil wir ziehen ein tor per speichert als vor ok das egal mit wem das in ordnung trifft bei zehn separaten weil sie mit argentinia wenn man messi hat nicht so schwer ich habe ja kein messi deswegen ist es nicht so leicht sonst haben wir nichts so freunde ich weiß gar nicht ob ich jetzt alle ich glaube ich werde jetzt hier nicht alle packs ziehen ich würde sagen wir machen jetzt hier noch 56 packs auf ich denke ich werde vielleicht wahrscheinlich später noch ein bisschen streamen wir schauen ein bisschen team bau werden natürlich auch die restlichen packs da beziehen könnt ihr natürlich gerne dann vorbeikommen also ich werde die restlichen packs dann im stream ziehen das ist schon mal kein walkout das ist schon mal nicht so schön im brasilien innenverteidiger felipe ist aber trotzdem gar nicht so verkehrt muss man sagen also felipe geht klar wir werden natürlich erstmal alles in den verein nicht packen bis auf hier sowas schmutz wo man nicht braucht ja mal ihr seht ich habe sehr sehr viel doppelt werden natürlich alles immer ordnungsgemäß verkaufen freunde weil ihr seht hier der die sind zum beispiel viel wert schaut eure ganzen bundesliga neuen wertspieler nach die meisten sind jetzt ein bisschen was wert muss man sagen auch er hier ok anscheinend wegen dieser neuen spc die raus kam auch der ist anscheinend 1k fass wert verkaufen natürlich verkaufen wir natürlich ganz klar warte mal das hier können wir auch noch mit abstoßen wie sagt ich würde sagen wir mal so 34 packs noch auf erste pack war ganz okay wie gesagt ihr seht ja ich habe über 50 noch angesammelt ich denke ist ihm dann so gegen 12 ungefähr freunde 11 12 so ungefähr das pack hier war nix und gucken wir mal ja 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 wie gesagt ich werde musste ich werde später wahrscheinlich alles verkaufen sag du vielleicht auch ein bisschen was wert 1k wahrscheinlich egal das ist nimmt man mit besser wie nichts wie gesagt schaut die spieler die normen erst ihr habt im verein auf jeden fall nach ich würde sagen machen wir noch eins davon auf und noch so mega pack und dann erst mal beim stream auf freunde gucken wir mal ein leinwand hier noch nice denkt sich eben nicht wahrscheinlich haben wir eh wieder kein glück ziehen eh wieder gefühlt nix ihr kennt ja mein lack ist nicht vorhanden leider okula sie nach aber teuer eigentlich muss man die aus cashen später die ganzen karten weil die haben preise das ist das ist natürlich sehr sehr teuer alles aktuell hoch anscheinend wegen dieser spc die da ist machen wir noch dieses mega pack auf wie gesagt freunde und dann sehen wir später 49 packs im stream noch wo ist ein mega pack hier mega packs haben wir auch sehr sehr viele am start kommt machen wir das die goldene mitte von den mega packs und dann wie gesagt erst sehen wir im stream freunde vielleicht jetzt noch mal eine leinwand zum abschluss da kommen ein pack machen wir noch aber nicht so ein mega pack einfach noch mal so ein normales dann haben wir immer noch 48 sorte für den stream immer noch ausreichen ja dann gucken wir mal ein car noch mal hier bis was zum abstoßen kriegen noch mal ein pack raus ein leihpack wo ja danke für die großzügigkeit dann stoßen wir den rest ab rest packen wir in den verein und holen uns noch ein pack ab nehmen wir noch mal so eins mit kommen gibt mir noch mal was ihr gibt mir noch mal eine leinwand aber wie gesagt ich erwarte wieder wie immer nix in den packs man kriege ich werde auch wahrscheinlich nichts bekommen in den ganzen packs pack ist dies ja nicht am start mein bester spieler ist immer noch test gegen da wird dies ja nicht anscheinend nicht viel kommen hier ja vielleicht schon menu was wird auch nicht auch nicht leider nichts ja wieder nichts bis jetzt aber wir ziehen die später im stream freunde kommt dann gerne vorbei ich hoffe es hat euch mit dem video gefallen wie gesagt gibt mir sehr gerne einen daumen nach oben wenn die fragen abschreibt in die kommentare tschau tschau bis die tage meine freunde